9. November. Erdrückende Stimmung über Stuttgart. Die Spießer gehen ängstlich auf die Straße. Ich diskutiere mit einem Soldaten. Er bestreitet die Revolution und ich sage, keinen Tag dauert's mehr. Heute noch wird es kommen. Die Wache geht zum Schloss. Ich sage in der Straßenbahn ganz laut, das wird wohl die letzte sein. Alles schaut mich an und flüstert, aber mir wird nichts entgegnet. Um 9 Uhr verlasse ich die Arbeit und sehe, gewaltige Massen ziehen durch die Straßen. Der Schlossplatz ist voll. Überall wehen rote Fahnen. Der König ergibt sich. Die Wache zieht ab. Es gibt ein Handgemenge. Einige Schüsse fallen. Revolution. Mein Herz drohte zu zerspringen. Was war das für ein Humoren in meinem Innern? Ich konnte keinen anderen Laut hervorbringen, als immer nur Freiheit. Republik. Revolution. Aber ich wollte helfen. Und so ging ich ins Gewerkschaftshaus und ließ mich bewaffnen. Dann ging's im Auto mit langen roten Fahnen auf die Streife. Und dann nach Ludwigsburg. Zuffenhausen wurde entwaffnet, aber da kamen schon die Zweifel in mir auf, weil sich die Offiziere so schnell auf unseren Standpunkt stellten und sich im Soldatenrat zurechtmachten. Mein Genosse Theurer stand die ganze Nacht Posten und auch ich debattierte heftig, worauf ich auch meinen Posten bezog. Morgens ging's nach Hause und der Schlaf überwältigte mich.